Ich glaube, was der Arzt dennoch schaffen muss, ist, und unter der Nebenbedingung begrenzter Zeit, ist, dem Patienten das Gefühl zu geben, gehört zu werden. Patienten informieren sich, sie lesen, sie können natürlich nicht, so wie der Arzt, die Qualität der aufgenommenen Informationen sofort einordnen. Aber sie haben ein großes Grundinteresse an natürlich ihrer Krankheit oder besser gesagt ihrer Gesundheit. Und sie möchten das Gefühl haben, einbezogen zu werden in die Behandlung, in die Therapieempfehlung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen. Und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Vermittler zwischen Arzt und Patient, darum geht es heute bei mir im Business Talk Podcast. Und ich habe mich sehr auf dieses Interview gefreut, dass ich heute mit Dr. Florian Weiß halten durfte. Er ist Geschäftsführer der Yameda GmbH. Yameda ist uns vielen bekannt, hauptsächlich im Bereich der Bewertung, als Bewertungsplattform in der Bewertung von Ärzten, von Patienten. Und Yameda ist aber viel, viel mehr. Und was Yameda mehr ist und wohin sich auch Yameda entwickelt, darüber spreche ich mit Dr. Florian Weiß im neuen Business Talk Podcast. Es ist wirklich insofern interessant, weil wir ja oft einen Eindruck von einem Unternehmen haben, aber dieser Eindruck sich dann nicht bestätigt, wenn wir uns ein bisschen weiter mit dem Unternehmen beschäftigen. Denn Yameda ist zum Beispiel auch mittlerweile Marktführer für Online-Arzttermine, ist natürlich zertifiziert, gerade für das Thema Telemedizin und Videosprechstunde. Und darüber spreche ich, wie gesagt, mit ihm. Bevor wir aber jetzt ins Interview einsteigen, nochmal eine kurze persönliche Vorstellung von Dr. Florian Weiß. Gestartet hat seine Karriere als Unternehmensberater bei der Boston Consulting Group und er arbeitete zuvor auch als Berater für Startup-Unternehmen in Berlin und legte dort eben den Grundstein für die Karriere in der Digitalbranche. Vorher war er bis 2014 in der Unternehmensentwicklung der Tomorrow Focus AG, heute Holiday Check Group, eines der führenden deutschen Internetunternehmen und eben seit 2014 ist er Geschäftsführer von Yameda, Deutschlands größtem Arzt-Patienten-Portal und eben Marktführer im Bereich der Online-Arzttermine. Er ist aber auch natürlich Mensch und vor allen Dingen auch Vater von drei Jungs und auch eine große Herausforderung, wie er mir gesagt hat, auch wenn ihm das sehr, sehr viel Spaß macht, weil er natürlich heute aufgrund der Situation, in der wir uns eigentlich alle ja befinden, sehr viel Homeoffice machen muss und deshalb auch sehr viel Zeit mit der Familie verbringen kann. Für ihn aber auch ein Ausgleich als Unternehmer. Und auch darüber sprechen wir, wie er das im unternehmerischen Kontext eben hinbekommt. Er kommt ursprünglich aus dem Norden und lebt aber in München und hat auch seine Liebe zur bayerischen Natur und insbesondere den Alpen entdeckt und dass er auch musikalisch ist und dass er mit der Musik sehr viel zu tun hat. Auch darüber sprechen wir im Eingang des Business Talk Podcast. Hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe einen sehr informierten Dr. Florian Weiss kennengelernt, aber eben auch einen sehr empathischen Dr. Florian Weiss. Freut euch drauf auf das Interview im Business Talk Podcast. Wir hören uns gleich wieder. Ja, herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Ich freue mich, dass ich heute einen besonderen Gast habe, den ich mich schon sehr lange gefreut habe, Dr. Florian Weiss, Geschäftsführer von Yameda. Und ich steige einfach mal ein mit der berühmten Einstiegsfrage hier im Business Talk Podcast. Wer ist Dr. Florian Weiss? Was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Herr Neumann. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier mit Ihnen sprechen kann. Sehr gerne. Sie haben mich schon kurz vorgestellt. Also mein Name ist Florian Weiss. Ich bin seit sechs Jahren Geschäftsführer von Yameda. Yameda ist den meisten Herzen ein Begriff. Wir werden sicherlich heute auch noch darüber sprechen, was wir tun. Was mache ich dort vielleicht zuerst? Als Geschäftsführer hat man das Privileg, von allem ein bisschen machen zu dürfen und nirgendwo ganz tief einsteigen zu müssen. Und das macht mir aktuell sehr, sehr viel Freude, weil sich bei uns viel verändert, weil wir viele spannende Projekte anstoßen, viel auch in die Zukunft gerichtetes tun. Und das ist toll, dabei sein zu können. Und ja, was mache ich privat? Ich bin Vater von drei kleinen Jungs. Wir sind 0 und 5 Jahre alt. Das heißt, der Großteil meiner Freizeit ist Familienprogramm. Und das macht mich auch sehr froh und glücklich. Da bin ich sehr dankbar. Wenn ich keine Zeit mit den Kindern verbringe, dann interessiere ich mich eigentlich für eine ganze Menge Dinge. Ich lebe sehr gerne. Ich lebe mit meiner Familie in der Nähe von München. Das heißt, die Berge liegen nah. Ich bin sehr gern draußen in der Natur. Ich höre gerne Musik. Ja, all das, was Freude macht. Aber wie gesagt, meistens gucke ich gerade, dass ich mit meinen Kindern draußen bin und Fußball spiele, soweit das geht. Ja, ich habe mir auch so ein bisschen in den Vorbereitungen auf das Interview ein paar Infos mir noch besorgt beziehungsweise geguckt, wo ich ein paar Infos über sie herbekomme. Und da fiel auch dieses Wort der Hamburger Schule, Musik der Hamburger Schule und Deutsch-Hip-Hop. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich bin ganz ehrlich, Hamburger Schule habe ich zum ersten Mal gehört jetzt in dem Zusammenhang. Was ist das? Ich glaube, das ist der Begriff. Ich weiß gar nicht, ob es den gibt. Ich vermute, der ist bei Kollegen, Mitarbeitern von mir leidhaft in Erfahrung gebracht worden, auch Weihnachten, Weihnachten und Sommer. Weil ich irgendwann immer mich Richtung DJ bewege und ihm zu verstehen gebe, dass ich ihn ja engagiert habe und dass es schön wäre, wenn er ein bisschen die Musik spielen würde, die ich gerne mag. Nein. Ich bin Ende der 70er geboren, das heißt so musikalisch sozialisiert in den 90ern. Und da gab es natürlich, ich bin in der Nähe von Hamburg groß geworden, eine ganze Menge von deutschen Hip-Hop-Gruppen, so wie Absolute Beginner oder Fettes Brot, Deichkind. Und da gab es ganz viel Bewegung und das hat mich in der Jugend geprägt. Und ich glaube, die Musik, die einen irgendwo in der Jugend prägt, die lässt da nicht mehr so richtig los. Man muss dann immer schauen, wenn man älter wird, dass man nicht plötzlich albern rüberkommt. Aber das Schöne ist ja, die Leute, die die Musik machen, die werden ja auch älter und die stehen immer noch auf der Bühne. Und wenn ich da hingehe, dann sind die Leute in meinem Alter und dann fühle ich mich nicht mehr ganz so fremd. Und das ist tatsächlich, glaube ich, ja, den Mitarbeitern geschuldet. Vielleicht haben Sie diesen Begriff auch erfunden, Hamburger Schulen. Ich glaube, das findet sich nicht offiziell in der Musikwissenschaft. Aber so bin ich groß geworden und so sind dementsprechend oft auch unsere Weihnachtsfeiern geprägt. Das ist Musik, mit der ich irgendwie groß geworden bin, die mich nach wie vor nicht ganz losgelassen hat. Ja, jetzt ist natürlich jeder Hörer schon interessiert, wie ihre Weihnachtsfeiern aussehen. Aber das ist noch mal ein ganz anderes Thema. Ist das ein Ausgleich, der wichtig ist als Unternehmer, wenn wir einmal bei dem Thema Unternehmertum sind? Sie haben einmal die Familienseite angesprochen, Sie haben aber auch diese Freizeit, also das mal wirklich abschalten angesprochen. Braucht man das als Unternehmer, gerade wenn man viel, so wie Sie ja auch, in vielen unterschiedlichen Segmenten unterwegs ist? Ich glaube schon. Für mich persönlich ist das sehr wichtig. Ich glaube, als Unternehmer hat man wahrscheinlich auf der positiven Seite ein hohes Maß an Autonomie, an Erhaltungsspielraum, an Freiheit zu haben. Und auf der Negativseite hat man natürlich auch diese fortwährenden Gedanken rund ums Unternehmen. Und das kann in positiven Zeiten sehr elektrisierend, sehr energiereich sein, weil man immer wieder das nächste Projekt plant. Das kann aber natürlich auch in schwierigen Zeiten auch belastend sein, weil man die Gedanken nicht ganz aus dem Kopf bekommt. Und man, glaube ich, schlechter abschalten kann, als wenn man sich nicht vollumfänglich für das verantwortlich fühlt, was man tut als eben Unternehmer. Und deshalb, ja, für mich ist das tatsächlich sehr wichtig. Ich liebe Musik, seitdem ich klein bin. Ich liebe es, Zeit mit den Kindern zu verbringen. Ich glaube, es ist ja auch etwas, was wahrscheinlich alle Eltern bestätigen, es erdet ein, es bringt dann sofort wieder runter in den Moment. Und das ist sicherlich das, was ich am stärksten schätze an der Zeit mit den Kindern. Für die Kinder gibt es kein Gestern, kein Morgen. Da gibt es nur diese eine Sekunde. Und die Freude, die der Moment mit sich bringt. Und das ist, glaube ich, etwas, was man entweder heute mit Achtsabkeitskursen, Seminaren, Meditationen schafft, oder man mit den Kindern Dublo baut. Und deshalb, ja, für mich ist das tatsächlich ein sehr wichtiger Ausgleich. Ja, sehr, sehr schön. Wenn wir jetzt mal dieses berufliche Thema aufgreifen. Ja, Meda ist, ich glaube, Deutschlands größte Plattform im Arzt-Patienten-Verhältnis, im Zusammenspiel zwischen Medizinern und Patienten. Und wie ich es gelesen habe, im Grunde entstanden, aus wie viele große Unternehmen mittlerweile entstanden sind, aus einer Situation heraus, wo die Frage da war, Mensch, wie komme ich denn an einen guten Mediziner, wenn ich zum Beispiel fremde in einer Stadt bin? Daraus hat sich eine ganze Menge entwickelt. Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind seit einigen Jahren Geschäftsführer. Und ja, Meda ist uns ja allen bekannt, eigentlich zu dem Thema Arztbewertung. Ja, Meda ist aber viel, viel mehr als das. Steigen wir doch einfach da mal ein. Was ist ja Meda heute? Ja, ja, Meda ist tatsächlich mittlerweile das größte Arzt-Patienten-Portal in Deutschland. Das heißt, wir bringen Patienten und Ärzte digital zusammen. Das sind im Monat ungefähr sieben Millionen Patienten. Wir haben zu ungefähr 70, 75.000 Ärzten in Deutschland irgendeine Form von Vertragsbeziehung. Und wir versuchen, die digitale Interaktion zwischen beiden Seiten zu ermöglichen. Und was bedeutet das? Wir haben auf der Plattform, wie Sie sagten, ja, auch das Thema Bewertung. Das fassen wir aber gar nicht so sehr unter dem Stichwort Bewertung zusammen, sondern das ist für uns die Arztsuche. Denn der Kontakt zum Mediziner beginnt mit der Suche nach dem passenden Arzt. Das kann man bei uns tun. Man findet alle in Deutschland tätigen Ärzte auf unserer Plattform. Wir versuchen, den Patienten die Möglichkeit zu geben, am besten möglich nach den eigenen Bedürfnissen den passenden Arzt zu finden. Und das Zweite, was wir tun, ist, wir bieten eine Online-Termin-Vereinbarungs- Funktionalität. Das heißt, wir bieten Ärzten einen Cloud-basierten Praxiskalender, eine Software, mit der er sein komplettes Terminmanagement organisieren kann und damit ihm auch Online-Termine anbieten kann. Und wir bieten als Drittes eine Technologie zur Videosprechstunde. Und diese drei Dinge zusammen nennen wir bei uns immer gerne intern suchen, buchen, besuchen. Also der Patient möchte ja eigentlich keinen Arzt finden, er möchte auch keinen Termin beim Arzt, er möchte wieder gesund werden und dafür muss er den Arzt finden, er muss einen Termin feiern, er muss ihn besuchen und wird dann hoffentlich wieder gesund. Und das versuchen wir auf der Plattform zu vereinen. Jetzt ist ja gerade das Thema Videosprechstunde, gerade im Augenblick, wir befinden uns ja mitten in dieser Corona-Zeit, Krise, Phase, wie man es immer nennen will, hat plötzlich nochmal eine ganz neue Bedeutung gewonnen für viele Mediziner, aber auch für viele Patienten. Das Thema Videosprechstunde oder Online-Sprechstunde hat in den letzten Jahren immer so ein bisschen, so hatte ich zumindest, den Eindruck einen schweren Stand, weil vielleicht nicht richtig bezahlt, weil vielleicht nicht akzeptiert, weil vielleicht auch unbekannt, das sind ja immer wieder so Komponenten, die zusammenkommen. Wie sind Sie das angegangen und haben Sie die Möglichkeit gehabt, dieses Thema einfach auch auf der Plattform so zu platzieren, dass es eine hohe Attraktivität gewinnt, auch in der Vergangenheit, weil Sie hatten das ja schon vor dem Thema Corona. Ja, wir haben das Thema jetzt seit dreieinviertel Jahren ungefähr auf der Plattform. Wir hatten damals mit der Patientus GmbH den damaligen Pionier, eigentlich auch Marktführer für Videosprechstundentechnologie übernommen und in Yameda integriert und das Thema, genau wie Sie sagen, hat seitdem aber so ein bisschen Schattendasein fristen müssen. Wir haben immer stark an die Möglichkeiten geglaubt, aber gleichzeitig natürlich auch die Hemmnisse gesehen. Das begann damit, dass es zunächst standesrechtliche Einschränkungen gab. Die Musterberufsordnung der Ärzte hatte noch bis vor zwei Jahren Einschränkungen vorgesehen, was die telemedizinische Behandlung angeht. Das hat sich mittlerweile weitestgehend gelöst, in fast allen Bundesländern. Das Thema Vergütung, hatten Sie angesprochen, war anfangs nicht geregelt. Das ist mittlerweile geregelt. Und dann blieb immer der Aspekt der Nutzung. Und ich glaube, ein starkes Hemmnis für die Videosprechstunde war immer, dass Patienten wie Ärzte damit noch nicht in Kontakt gekommen sind und dass es erst mal fremd wirkt wird. Wie Sie sagten, Corona hat da eine große Veränderung gewirkt. Man muss natürlich immer vorsichtig sein, wenn man in einer Krise, die jetzt viele Menschen sehr, sehr schwer trifft, ob es wirtschaftlich oder gesundheitlich ist, die natürlich auch sehr tragisch ist, für viele Menschen dann die Chancen hervorzuheben. Aber ich glaube, für die Digitalisierung des Gesundheitswesens wirkt Corona tatsächlich die Chance eines Zeitsprungs, eines Katalysators. Weil jetzt viele Entwicklungen, die wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre gedauert hätten, jetzt in vielleicht sechs Monaten vollzogen werden. Warum? Zum einen haben wir viele Hausärzte, allgemein Arztinternisten auf unserer Plattform, die aktuell gerade Patienten mit Corona-Verdachten nicht in den Praxisräumen behandeln können, weil sie Gefahr laufen, selber in Quarantäne zu müssen, ihre Praxis zu schließen und weil sie natürlich damit ihr Praxispersonal, aber auch andere Patienten gefährden. Das ist so der Anwendungsfall Nummer eins. Und der zweite ist, es gibt viele Praxen, die ganz große Probleme gerade haben, weil die Patienten nicht mehr in die Praxis kommen aufgrund von Ausgangsbeschränkungen oder auch einfach der Angst, sich anzustecken. Also eigentlich wird alles nicht akute aufgeschoben. Und da bietet die Videosprechstunde jetzt die Möglichkeit, mit den Patienten in Kontakt zu bleiben. Und viele Behandlungsfälle tatsächlich auch über die Videosprechstunde durchführen zu können. Und das bringt die Menschen damit in Berührung und plötzlich merkt man, ach, das geht ja, das fühlt sich nicht komisch an. Das ist sicher, das ist schnell, das ist einfach, ich brauche kein aufwändiges Equipment dafür. Und ich glaube, es ist oft so, nicht nur in der Medizin oder in der Geschäftswelt, vieles Fremde wird durch Berührung plötzlich vertraut und verliert den Schrecken und geht dann in den Alltag über. Also da sehen wir gerade eine sehr, sehr starke Entwicklung. Das hat in Zahlen ausgedrückt. Bei uns hat sich die Anfrage nach Videosprechstunden allein von März auf Februar verzehnfacht. Und da gab es quasi eine explosionsartige Entwicklung. Glauben Sie denn, oder würden Sie sich wünschen, dass das bleibt? Also dass mehr Praxen ja auch nach der Krise, ich hoffe ja, es gibt einen nach der Krise, dass das bleibt und dass wir auch die Videosprechstunde für andere Dinge einsetzen können, eben nicht nur für diese akuten Fälle, wo man natürlich jetzt gerade sagt, ja, wir möchten auch gar nicht in die Praxis kommen oder wir möchten gar nicht, dass die Patienten in die Praxis kommen. Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten. Glauben Sie, es setzt sich durch? Ich bin fest davon überzeugt, dass sich das durchsetzt. Ich wünsche mir auch, dass es bleibt. Ich glaube, es wird eine Sortierung stattfinden. Ich bin nicht davon überzeugt, dass die Videosprechstunde den physischen Besuch beim Arzt ersetzt, aber es werden immer mehr Anwendungsfälle plötzlich sichtbar werden, in denen es eine sehr, sehr gute Ergänzung gibt. Und es ist teilweise für mich auch unverständlich, warum bestimmte Behandlungsfälle immer noch in der Praxis durchgeführt werden. So die klassischen Beispiele sind so Befundbesprechungen, Nachsorgeuntersuchungen, Kontrolltermine. Ich habe selber das Beispiel gehabt im letzten Jahr. Ich hatte ein Problem mit dem Knie, war dann mit einem Radiologen. Der Radiologe hat mir den Befund mitgegeben, er gesagt, jetzt machen Sie wieder einen Termin bei Ihrem Orthopäden. Dann war ich beim Orthopäden, hat er draufgeschaut und hat gesagt, ja Mensch, da kann man jetzt nichts machen, dann müssen wir erst mal abwarten. Und dann bin ich wieder nach Haus gefahren, Befundbesprechungen, radiologische Befunde, Bildmaterial anzuschauen, all das geht per Videosprechen. Ich glaube, in diesen Bereichen, wenn Patienten und Ärzte erst mal sehen, dass es Zeit spart, dass es Geld spart, dass es für beide Seiten effizienter ist und genauso wirksam, da wird es sich durchsetzen. Aber es gibt natürlich auch eine Menge von Themen, bei denen wird der Besuch beim Arzt, der physische, immer wichtig bleiben. Aber ich glaube, es wird sich als Ergänzung durchsetzen. Und meine Hoffnung ist, benutze ich mal gerne die Analogie zu Amazon, zum Online-Shopping. Ich weiß noch, als ich im Studium war, da begann das gerade, dass man online was einkaufen konnte. Da hat man immer ganz stolz erzählt, guck mal, das habe ich online gekauft. Ich kenne niemanden, der heute mehr sagt, das habe ich online gekauft. Das hat man einfach gekauft. So wird es hoffentlich irgendwann auch sein, ich war beim Arzt. Und ob das jetzt online war oder nicht, das spielt dann hoffentlich irgendwann keine Rolle mehr, weil es eine normale Alternative geworden ist. Ja, das ist ein sehr schöner Vergleich, finde ich. Habe ich so noch nicht gehört und auch noch nicht drüber nachgedacht, aber ich glaube, das wäre natürlich eine schöne Vision, eine Zukunftsaussicht, wenn das so sein würde, dass diese Dinge miteinander, also nebeneinander funktionieren würden oder werden vielleicht auch in der Zukunft. Jetzt ist ja nicht nur das Thema Videosprechstunden ein Thema, sondern auch das ganze Thema Digitalisierung in der Medizin. Und da gehört ja viel, viel dazu. Also nicht nur die Mediziner und Patienten, es sind Mitarbeiter, die man mit ins Boot holen muss, um diese Dinge auch zu integrieren in einer Praxis und durchzusetzen. Ja, Meda bietet ja neben dem Thema der Videosprechstunde auch die Koordination über die Online-Terminvergabe und überhaupt die Einbindung dieses ganzen Tools in das Thema Termine ein. Ich glaube, das ist ja ein nächster Schritt, weil wir haben volle Wartezimmer, wir haben lange Wartezeiten und auch da ist ja die Frage, wie richte ich mich langfristig unternehmerisch als Praxis aus, um mir darüber Gedanken zu machen, wie mache ich, oder wie bekomme ich vielleicht auch die Patienten, die ich mir wünsche. Ja, absolut. Das ist ein ganz zentraler Punkt und ich glaube, dass das Thema Online-Terminvereinbarung auch in naher Zukunft auch über das eigentliche Thema des Termins hinaus wachsen wird. Ich versuche das kurz zu erläutern, aber vielleicht zum Einstieg 2007 nochmal eine Analogie vielleicht, als das iPhone eingeführt wurde. Da hätte man sich hinstellen können und sagen, Mensch, pass auf, das dauert jetzt irgendwie fünf Jahre, da hat jeder deutsche Smartphone und man wäre wahrscheinlich belächelt worden. Und wahrscheinlich hat es irgendwie drei Jahre gedauert und jeder hatte wahrscheinlich zwei. Und ich glaube, das Thema Online-Terminbuchung ist ein ähnliches Thema. Patienten sind es heutzutage aus allen Lebensbereichen gewöhnt, ihren Alltag mit dem Smartphone zu organisieren. Ob es das Einkaufen ist, das Handy-Ticket kaufen für den öffentlichen Nahverkehr, das Taxi bestellen, Carsharing machen, das Banking, all das ist heute selbstverständlich durchführbar, planbar mit dem Smartphone. Und beim Arztbesuch scheitert das aktuell noch. Das geht nicht. Und das führt viele vor Herausforderungen, gerade natürlich berufstätige Menschen, die versuchen dann in der Mittagspause irgendwie vielleicht in der Kantine neben ihren Kollegen sitzend einen Arzttermin zu vereinbaren. Und das ist oft schwierig, man kommt nicht durch oder man möchte vielleicht neben den Kollegen auch nicht dann, wenn die Sprechstunde gefragt, was haben sie denn, sagen, ja, ich habe diesen schuppigen Ausschlag hinterm Ohr. Die Kantine dann neben einem plötzlich auf drei Meter geräumt. Das möchte man nicht. Insofern ist das Bedürfnis naheliegend und ich glaube, wann immer ein Bedürfnis so naheliegend ist, wird sich dafür ein Angebot schaffen. Wichtig ist aber, es erleichtert tatsächlich auch dem Arzt das Leben, weil er mit der Lösung, die wir jetzt anbieten, natürlich gibt es auch andere Anbieter, die versuchen generisch einfach über die Frage von einer Terminbuchung zu sprechen, mit einem cloudbasierten Kalender habe ich als Praxis plötzlich völlig andere Möglichkeiten, meine Praxis zu steuern. Zum einen den Patientenstrom auch zu steuern. Ich kann selber auch zum Beispiel auf einer Plattform via Meda bestimmte Behandlungsfelder, die mir wichtig sind, auch veröffentlichen und somit Patienten für die Behandlung gewinnen, die mir Freude machen, für die ich vielleicht auch Arzt geworden bin. Ich kann meine Auslastung anders managen, weil ich kurzfristig freigewordene Termine sofort wieder verfügbar stelle. Ich kann Patienten eine Nachricht schicken und ich sage, hey, du stehst ja bei mir auf der Warteliste, bei mir hat gerade einer abgesagt, komm doch heute Nachmittag um 14 Uhr, hier kannst du bestätigen, alles automatisch. Ich kann den Patienten darüber informieren, dass sich die Abläufe in der Praxis verzögern, dass er später zu seinem Termin kommen kann. Also da steckt eine ganze Menge an Funktionalitäten drin, die ein Papierkalender oder ein geschlossenes System in der Praxis so nicht leisten kann und die aus meiner festen Überzeugung für beide Seiten, Arzt und Patient, immense Vorteile beinhalten. Deshalb, ich bin fest davon überzeugt, dass das etwas ist, was sich in den nächsten Jahren durchsetzen wird, weil alle Seiten davon profitieren. wäre vielleicht sogar der nächste Schritt zu sagen, wenn ich das nicht tue, habe ich irgendwann einen Wettbewerbsnachteil. Es ist bei Wettbewerb und Medizinern, also gerade im humanmedizinischen Bereich immer ein bisschen schwierig, weil wir haben gesperrte Gebiete, also gerade, beziehungsweise wir haben eine Bedarfsplanung, gerade wenn ich natürlich mit gesetzlichen Krankenkassen zusammenarbeite, dann bin ich im System und im System habe ich immer gewisse Rahmen, mit denen ich einhalten muss, vielleicht ein bisschen anders als bei Zahnärzten, die vielleicht schon grundsätzlich auch ein bisschen unternehmerischer aufgrund der gesetzlichen Situation ausgerichtet sind. Aber habe ich irgendwann diesen Wettbewerbsvorteil, wenn ich das tue oder anders gesagt habe, habe ich ihn nicht mehr, wenn ich es lasse? Also wenn ich mich nicht digital aufstelle als Mediziner in der eigenen Praxis? Also es ist immer schwierig, über einen Technologiewechsel, über Angst und Druck irgendwie in die Bevölkerung zu bekommen und das ist sicherlich auch noch nicht der richtige Zeitpunkt, um davon zu sprechen, dass man abgehend ist, wenn man das nicht tut. Aber was wir schon sehen ist und wir machen auch regelmäßig Befragungen dazu, ist, dass es Patienten, egal übrigens welcher Altersklasse, zunehmend bevorzugen, einen Arzt aufzusuchen und der Online-Terminbuchung anbietet. Wir sehen, dass wir befragen unsere Patienten. Ich hatte vorhin gesagt, wir haben ungefähr sieben Millionen Patienten jeden Monat und wir machen regelmäßig, mehrmals im Jahr, Patientenstudien und die Letzte hat auch wieder ergeben, dass über die Hälfte der Patienten schon sagt, wenn ich einen Arzt finde, der Online-Terminbuchung anbietet, dann entscheide ich mich eher für ihn als für einen vergleichbaren Arzt ohne Online-Terminbuchung. Und ich glaube, was Patienten zunehmend wahrnehmen, ist so diesen Medienbruch. Man recherchiert online nach Symptomen vielleicht, man sucht den Arzt, man informiert sich über den Arzt und dann möchte man eigentlich direkt buchen und man möchte dann nicht bei dem Arzt anrufen, sich dann den Termin irgendwo physisch aufschreiben, auf dem Zettel, das wieder ins Handy übertragen. Man ist das gewohnt, dass das online geht. Deshalb, ja, ich glaube, das wird sich zu einem Wettbewerbsvorteil entwickeln, Online-Terminbuchung anzubieten, weil es auch mit einem anderen Trend korreliert, den wir auch sehen, die zunehmende Transparenz im medizinischen Bereich und die Verfügbarkeit von Informationen für Patienten auf unserer Seite, aber auch auf anderen Internetangeboten, führt auch zu einer stärkeren Spezialisierung auf Arztseite und eben gleichzeitig auch der Nachfrage. Also Patienten, ich weiß, ich bin selber in einem kleineren Ort in der Nähe von Hamburg groß geworden, ich bin immer zu einem Orthopäden gegangen, ob ich jetzt Knieprobleme hatte, mir den Daumen gebrochen habe oder mein Rückenschmerz, ich war immer bei diesem Orthopäden und gerade in größeren Städten sehen wir jetzt schon, die Verfügbarkeit von Informationen führt dazu, dass Patienten sich den Spezialisten suchen, die Loyalität zu dem Einarzt abnehmen und damit natürlich die Wahl eines neuen Arztes die Frequenz nimmt zu. Ich suche mir öfter einen neuen Arzt für das Thema, das mich gerade umtreibt. Ich suche mir immer den Spezialisten und Online-Terminbuchung sorgt dann plötzlich dafür, dass ich sofort weiß, wer hat denn im Umkreis von zehn Kilometern in der nächsten Woche einen Termin für mich frei und dann gehe ich da hin. Also insofern ja, mittelfristig wird das aus meiner festen Überzeugung zum Wettbewerbsvorteil, wenn man es anbietet, weil die Arztsuche sich strukturell dadurch verändern wird. Zum Thema Arztsuche beziehungsweise auch zu dem Thema, ich wäre natürlich fahrlässig, wenn ich mit Ihnen heute nicht auch über Yameda im Rahmen dieser Bewertung mal sprechen würde, aber trotzdem möchte ich noch vorher noch mal vielleicht eine andere Meinung von Ihnen haben oder beziehungsweise ein Statement dazu. Gerade die Digitalisierung oder die Möglichkeit über das Internet sich zu informieren, Sie haben es gerade auch gesagt, ich schaue mir das an, es gibt einen Medienbruch, wenn ich dann irgendwo anrufen muss. Es ist aber auch so, dass ich mir natürlich Informationen hole über meine Krankheit. Es ist ja nicht nur so, dass ich den Arzt suche, sondern ich möchte informiert sein und gehe dann mit einer in Anführungsstrichen Meinung oder mit einem Gedanken zu einem Mediziner. Inwieweit verändert sich da auch das Verhalten der Mediziner, was das Thema angeht? Denn man könnte ja ketzerisch sagen, eigentlich ist der Arztbesuch dann nur noch eine Zweitmeinung, weil ich ja die erste Meinung mir schon aus dem Netz irgendwo geholt habe. Ja, da sprechen Sie ein Thema an, das mir sehr oft auch im Austausch mit Ärzten begegnet, weil es einen Rollenwechsel oder ein verändertes Rollenverständnis des Arztes bedingt. Und das ist, ich sage mal gerne, es ist Segen und Fluch zugleich für den Mediziner. Auf der einen Seite, glaube ich, wünscht sich jeder Mensch, dass die Menschen, mit denen er beruflich zu tun hat, sich für das interessieren, was man tut. Dann macht der Job eigentlich mehr Freude. Aber wenn jetzt Patienten in die Praxis kommen, die sämtliche Folgen der Schwarzweihklinik gesehen haben und jetzt glauben, die klinisch auf dem gleichen Wissensstand sind wie der Arzt, dann werden das natürlich ganz abstruse Gespräche. Und ich glaube, was der Arzt dennoch schaffen muss, ist und unter der Nebenbedingung begrenzter Zeit, ist dem Patienten das Gefühl zu geben, gehört zu werden. Patienten informieren sich, sie lesen, sie können natürlich nicht so wie der Arzt die Qualität der aufgenommenen Informationen sofort einordnen. Aber sie haben ein großes Grundinteresse an natürlich ihrer Krankheit oder besser gesagt ihrer Gesundheit. Und sie möchten das Gefühl haben, einbezogen zu werden in die Behandlung, in die Therapieempfehlung. Und jetzt klingt das nach einer Herkulesaufgabe. Natürlich wird es nicht möglich sein, dass der Patient 18 DIN-A4-Seiten ausgedruckt mitbringt aus dem Internet und sagt, was sagen sie dazu. Aber der Arzt hat, glaube ich, eine ganz, ganz große Chance, als Gesundheitscoach zu agieren, als jemand, der Dinge in den Kontext setzt, der sie einordnet, der aber eben mit der nötigen Wertschätzung dem Patienten sagt, Mensch, sie haben das wahrscheinlich aus dem Internet. Dazu kann ich ihm Folgendes sagen. Es gibt derzeit einen Mythos dort draußen, der einen Zusammenhang herstellt zwischen Symptom X und Krankheit Y oder Medikament A und Behandlungserfolg B. Ich ordne das gerne für Sie ein. Das ist tatsächlich nicht korrekt und es gibt folgende Therapiemöglichkeiten. Das hat man dann vielleicht, ich weiß, ich habe immer leicht reden und ich weiß, dass die Mediziner viele Vorbehalte haben, aufgrund der begrenzten Zeit. Ich glaube, man kommt nur nicht drum herum, diesen kommunikativen Weg zu gehen, weil Patienten sich gehört fühlen möchten. Also einordnen, in den Kontext setzen, vielleicht auch mal Informationen, die der Patient mitgebracht hat, kurz anschauen und aus der Arztsicht beurteilen. Der Patient hat ein großes Interesse daran, dem Arzt zuzuhören und vom Arzt Sicherheit zu bekommen. Aber die Sicherheit wird nicht dadurch geschaffen, dass man alles wegwischt und sagt, so wissen Sie was, da ist nur Stuss draußen, da schmeißen wir jetzt mal gemeinsam hier bei mir in die Müllträne und ich sage Ihnen, was passiert. Das sind oft nur wenige kommunikative Veränderungen und das hat natürlich viel auch mit der Möglichkeit oder der Fähigkeit zum Zuhören zu tun, mit Empathie, aber das wird zunehmend wichtig, dass der Patient sich gehört fühlt. Da stecken ja auch ganz viele Chancen und Möglichkeiten für den Arzt da drin. Auf der einen Seite kann ich ja wirklich aktiv auch sein und zum Beispiel ein Portal wie Yameda nutzen, um Informationen von meiner Seite an den Patienten weiterzugeben, also aktiv auf den Patienten zuzugehen oder den Patienten vielleicht mit in das Praxisgeschehen mehr einzubeziehen. Also wenn wir jetzt mal einfach dieses Thema Arztsuche nehmen oder auch das Thema Bewertung von Medizinern nehmen, dann sind es ja die einen, die ständig fluchen und sagen, ja, da wird irgendwas über mich erzählt. Es gibt aber auch andere, die nutzen es wirklich aktiv, sehr positiv, indem sie sich auf der Seite ihrer Seite, auf einer Homepage, auf einer Internetseite präsentieren, sagen, wo sind meine Vorteile, wo ist meine Dienstleistung, ich stelle mein Praxisteam vor. Ich gehe also aktiv auf den Patienten zu und frage ihn vielleicht auch ganz bewusst, was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen und hilf mir doch dabei, die Patienten und Arztbeziehung zu verbessern oder die Team zu meinem Team zu verbessern. Und ich glaube, das ist ja eine Riesenchance. Das ist ja nicht nur ein Damoklesschwert, wo gesagt wird, ja, da werde ich schlecht bewertet, sondern wenn ich die Chance dahinter erkenne und als Unternehmer wieder aktiv in die ganze Sache eingreifen kann, dann wäre das ja ein Riesenvorteil. Ist das auch etwas, was der Arzt sich angewöhnen sollte? Aus meiner festen Überzeugung ja. Als Yamela gegründet wurde, mittlerweile vor 13 Jahren, also 2007, war die Idee eigentlich damals zu sagen, ich möchte eine Plattform schaffen, also ich nicht, ich war selber nicht dabei, also die Gründer möchten eine Plattform schaffen, die Patienten dabei hilft, den passenden Arzt zu finden. Es ging von Anfang an immer um Passung und dieser Begriff ist sehr wichtig, weil es nicht das Ziel war, den besten Arzt zu finden. Das ist unglaublich schwer, weil schwer natürlich objektivierbar, aber auch aus individueller Patientensicht völlig unterschiedlich zu bewerten. Es ging um Passung und ich gebe Ihnen ein Beispiel, was Passung bedeuten kann. Es gibt Patienten, die möchten einen Arzt, der ganzheitlich orientiert ist, der vielleicht auch Homöopathie offen gegenübersteht oder traditioneller chinesischer Medizin oder der Wert darauf legt, den Patienten eine Anamnese zu machen, die ganzheitlich ist, die Körper, Geist und Seele berücksichtigt. Und es gibt Ärzte, die genau das möchten, die dafür Arzt geworden sind und die sich auch auf das Gespräch mit dem Patienten freuen, die vielleicht auch die Möglichkeit haben, das auch zeitlich so abzubilden. Es gibt aber auch Ärzte, die sagen, dafür bin ich nicht Arzt geworden. Ich bin die Chorolphera auf meinem Gebiet. Ich erkenne in wenigen Sekunden das Krankheitsbild. Ich kenne die Therapien. Ich weiß, was ich verschreiben muss. Ich weiß, welches Medikament wirkt. Und ich möchte möglichst viele Patienten behandeln, um möglichst vielen Patienten zu helfen. Meine Praxis ist hocheffizient. Die Annahmeprozesse vorne, die Verwaltung funktioniert, das Sprechstundenpersonal, alles ist eingespielt. Ich bin einfach ein Hochleistungsmediziner. Und das sage ich völlig wertfrei. Das brauchen wir. Und dann gibt es wiederum Patienten, die sind auch genauso, weil sie sagen, ich möchte meine Zeit nicht in der Arztpraxis verbringen. Ich gehe in der Mittagspause hin. Ich habe 15 Minuten Zeit und dann möchte ich mit dem Rezept wieder rausgehen. Warum sage ich das? Weil das sind zwei völlig verschiedene Arzttypen, zwei völlig verschiedene Patiententypen. In der Vor-Internetzeit ist es öfter vorgekommen, dass Patient A zu Arzt B ging und beide sich nicht verstanden haben. Und am Ende resultiert eine verunglückte Arzt-Patienten-Beziehung. Beide Seiten waren unglücklich, fühlten sich nicht gehört und haben einfach einen schlechteren Tag gehabt. Die Idee hinter Jameda war ursprünglich zu sagen, lass uns diese Fragen doch vorab klären. Ich möchte wissen, wie der Arzt vielleicht auch als Mensch tickt, den ich besuche, wie die Praxis ist, was seine Schwerpunkte sind, wie auch seine Praxisphilosophie ist. Denn das darf man nicht vergessen. Für den Arzt ist das Alltag, für den Patienten ist der Arztbesuch in der Regel etwas Besonderes. Und es dreht sich immer um das wichtigste Gut, das wir haben, nämlich die Gesundheit. Das spielt eine Rolle, wer mir da gegenüber sitzt. Und ich möchte gehört werden, ich möchte mich wertgeschätzt fühlen, ich möchte mich vor allem wohlfühlen in der Praxis. Und das tue ich in der Regel dann, wenn der Arzt mich in meiner Eigenheit versteht. Insofern, darauf zurückzukommen, ja, ich glaube, daran liegt eine Chance. Ich kann mich präsentieren. Wir sprechen immer auch davon, ich kann meine Wunschpatienten ansprechen und vielleicht auch die Patienten abhalten, meine Praxis zu besuchen, die ich eh nicht da haben möchte. Und das ist legitim. Das darf man sagen. Es gibt Zahnärzte, die behandeln gerne, glaube ich, Patienten mit Zahnarztangst. Es gibt wahrscheinlich Zahnärzte, der dreht sich bei denen alles um, wenn sie sagen, was sind denn das für Holzhosen, die will ich nicht in meiner Praxis. Und das sind so die Punkte, da hilft es, wenn man sich vorher darstellen kann, wenn man vorher auch präsentieren kann, auch der Öffentlichkeit, wie man tickt, wie man ist, was man anbietet. Und ich glaube, es führt zu gelungeneren Arztpatientenkontakten. Wenn man das auf der Homepage, auf dem Profil, auf Yameda beispielsweise, vorher klar macht. Und da spielt auch die Online-Terminvereinbarung mit rein. Das ist der nächste Schritt. Ich kann natürlich auch in einem Buchungsprozess den Patienten schon Informationen mitgeben. Achtung, wenn du diesen Termin buchst, bitte sei dir bewusst, das ist er, das ist er nicht. Und das musst du mitbringen. Und übrigens, diese Untersuchung kann ich aber nur anbieten für Patienten, die folgende Voraussetzungen mitbringen oder die vielleicht auch Selbstzahlerleistungen positiv gegenüberstehen. Da gibt es eine große Chance, einfach für Klarheit zu sorgen, bevor man sich trifft. Unterstützen Sie das? Also helfen Sie den Ärzten dabei, das aufzubauen? Also die Frage ist ja auch wieder danach, ich setze mich damit auseinander, ich würde das alles gerne machen, aber überhaupt keine Ahnung, also weder technisch noch organisatorisch noch unternehmerisch, wie funktioniert das? Das ist ein Punkt, in dem wir definitiv besser werden können. Das ist etwas, was wir, glaube ich, in den letzten zwei, drei Jahren auch gelernt haben. Wir sind tatsächlich, und ich weiß, dass viele Mediziner das anders einschätzen, wir sind gestartet mit dem Wunsch, eine Plattform zu sein, die Gesundheit und Heilung wirklich als partnerschaftlichen Prozess versteht, als partnerschaftlichen Prozess zwischen Patienten und Ärzten. Es ist aber leider, hat es sich so entwickelt, dass wir oft von Ärzten ja gewissermaßen als Gegner angesehen werden, der ungeprüft kritische Bewertungen ins Netz stellt und damit den Ärzten das Leben schwerer macht. Und das ist so niemals intendiert gewesen, aber ich verstehe die besondere Herausforderung, die ein Portalbetreiber wie ja mir da hat, um Ärzte natürlich auch vor Beleidigungen, Schmähkritik und Häme zu schützen. Worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, dass das Partnerschaftliche, den partnerschaftlichen, den konstruktiven Aspekt auch von Feedback noch zu betonen, da können wir selber noch einen Schritt machen. Das werden wir auch tun. Also das bedeutet zum einen, welche Art von Feedback ist auf unserer Plattform erlaubt, wie konkret und prominent formulieren wir beispielsweise einen Code of Conduct, der das Miteinander, das Respektvolle, das Konstruktive in den Vordergrund stellt. Wie sehr helfen wir Ärzten aber auch mit der Auswertung von Bewertungen von Daten, um zu verstehen, was ist denn Patienten heute wichtig und wofür werden denn Ärzte auf unserer Plattform gut bewertet? Ich glaube, daran steckt ein sehr, sehr großer Schatz, den beide Seiten heben können, von denen beide Seiten profitieren können und der ja ein sehr wertvolles Feedback sein kann. Vielleicht das ergänzend, wir haben dazu gemeinsam mit der Universität Erlangen eine Studie mal durchgeführt. Ich glaube, 2017 muss das gewesen sein, eine repräsentative Studie unter niedergelassenen Ärzten. Dabei kam raus, 55 Prozent der Ärzte hatten schon damals auf Basis von Online-Feedback Verbesserungsprozesse in der eigenen Praxis angestoßen, also Abläufe, Prozesse, Freundlichkeit des Personals, Terminvergabeprozesse. Da steckt was drin, aber um das heben zu können, ist erstmal wichtig, dass beide Seiten sich als Partner verstehen und dass auch auf unserer Seite keine Bewertungen stattfinden, die das Konstruktive vermissen lassen und die sich in unserer persönlichen Ebene anspielen. Also ich sehe das tatsächlich auch so und ich weiß jetzt nicht genau, ich habe jetzt einen Mediziner gerade im Kopf, der das wirklich sehr, sehr gut nutzt, also das Thema Patientenbefragung. Ich weiß jetzt nicht, ob die Idee tatsächlich bei Yameda gekommen ist oder vielleicht auch mit Ihnen gemeinsam, kann ich jetzt gar nicht sagen. Der hat fünf Praxen im süddeutschen Raum, alle im hausärztlichen Segment, aber der wirklich aktiv die Bewertung aufgreift und sagt, waren Sie mit uns zufrieden? Was ist da passiert? Wie sind Sie schnell drangekommen? Wie lange hat es gedauert? Und so weiter und so weiter. Der hinterfragt wirklich sehr viel und diese Praxis hat so eine hohe Patientenzufriedenheit, weil der Patient sich einfach abgeholt fühlt, mitgenommen fühlt in diesem Behandlungsprozess oder überhaupt auch nicht nur mitgenommen, sondern wahrgenommen wird und auch seine Bedürfnisse. Und ich glaube, das ist wirklich eine Riesenchance. Sie haben es gerade noch mal gesagt, es gibt ja viele, die dann auch die Beurteilung sehr hoch aufhängen. Auf der einen Seite natürlich, weil es ein emotionaler Faktor ist. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Der Arzt wird natürlich in seiner Ehre getroffen in dem Moment, wenn es eine schlechte oder eine negative Bewertung gibt. Aber das wird ja bei Ihnen sehr, sehr stark kontrolliert oder ist sehr stark reglementiert. Ich habe mir mal aufgeschrieben, es gibt dieses Thema technische Kontrolle, manuelle Prüfung und sogar eine rechtliche Beurteilung dessen. Also es ist ja nicht einfach so, dass irgendwas eingestellt wird. Also bevor überhaupt eine schlechte oder negative Bewertung eingestellt wird, wird sie ja mehrfach kontrolliert und geprüft. Und ich habe auch verstanden, dass Sie sie rausnehmen, wenn es zum Beispiel, das habe ich mir aufgeschrieben, irgendwelche Manipulationsversuche, also Mehrfachbewertung, Familienbewertung, Mitarbeiter, der Arzt selbst, die kommen erst gar nicht rein. Und das scheint ja eine technische Lösung zu sein, die schon dahinter liegt. Ja, nein, das ist richtig. Also für uns ist das Thema Bewertung eins, das wir sehr, sehr ernst nehmen, weil wir wissen, welche Verantwortung mit der Veröffentlichung von Bewertungen hergeht. Gerade im Arztbereich sind es ja oft Bewertungen von Personen, anders als im Hotel oder im Restaurant von Institutionen, von Einrichtungen. Und deshalb ist es dort ganz besonders wichtig, darauf zu achten, dass bestimmte Bewertungen auf der Plattform nicht stattfinden dürfen. Wir haben das gerade skizziert. Ich versuche es mal in eigenen Worten in Kürze zusammenzufassen. Wir haben zunächst einmal die Herausforderung beziehungsweise die Voraussetzung, jeder, der eine Bewertung auf Yameda veröffentlichen möchte, muss sich mit einer gültigen E-Mail-Adresse bei uns registrieren. Das ist erst mal noch nicht viel wert, eine E-Mail-Adresse ist schnell angelegt, aber warum machen wir das? Weil wir den Patienten jederzeit kontaktieren können müssen, um mit ihm in einen Dialog zu treten, wenn Zweifel an der Echtheit dieser Bewertung auftauchen. Denn er muss diese E-Mails auch beantworten. Wenn er das nicht tut, wird die Bewertung nicht veröffentlicht. Also erst mal, wir haben einen Kommunikationskanal erforderlich. Das Zweite ist, wir überprüfen jede Bewertung vor der Veröffentlichung technisch anhand eines Prüfalgorithmus, der mittlerweile fast 50 Indikatoren enthält. Das sind technische Auffälligkeiten wie die IP-Adresse, also der Wertungsabgabeort, der Bewertungsabgabezeitpunkt, das ist der sogenannte Browser-Hash, also eine Art Fingerabdruck des Computers, um Mehrfachbewertung zu verhindern. Da drin stecken aber auch semantische Tools, die versuchen, einen bestimmten Syntax zu erkennen, aber auch bestimmte Wörter herauszufinden, die auf natürlich Blacklist von uns stehen, weil sie beleidigend sind. Also da steckt sehr, sehr viel Intelligenz dahinter und die fließt ein in einen Wahrscheinlichkeitsscore, an dem wir sagen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist diese Bewertung authentisch. Echt nicht beleidigen entspricht den rechtlichen Rahmenbedingungen. Oder einfach, dass wir sagen, wir in einem Ampelsystem, wir haben Zweifel, die ist gelb oder die ist definitiv nicht unter Nutzungsrichtlinien entsprechend, dann ist sie rot. Und ungefähr 10% aller abgegebenen Bewertungen sind sofort rot, das heißt, die werden direkt gelöscht, ohne dass sie jemals das Licht der Welt erblickt. Das ist aber natürlich nicht alles, so ein Prüferalgorithmus wird nicht alles erkennen, der stößt gerade bei Fragen so rund um Ironie an seine Grenzen. Wenn man mit blumigen, schönen Worten ausdrückt, dass man eigentlich glaubt, dass der Arzt ein Trottel ist, dann finden das Algorithmen eher selten. Das heißt, Bewertungen können im Zweifel auch veröffentlicht werden, selbst wenn sie nicht unseren Vorgaben oder den rechtlichen Vorgaben entsprechen. Jetzt die Frage, wie geht es dann weiter? Wir haben dafür und das ist auch so höchstrichterlich vorgegeben beziehungsweise bestätigt einen Prüfprozess. Jeder Arzt hat die Möglichkeit, dafür muss er natürlich kein Kunde von uns sein, da kann ich gleich noch was zu sagen. Es gibt auch viele, viele Vorurteile, Annahmen und glaube ich auch Gerüchte rund um das Thema, was können Kunden bei Yameda. Die kurze Antwort ist rund um Bewertungen gar nicht, was nicht Kunden nicht können, da sage ich gleich was dazu. Aber man muss uns kein Geld zahlen, kann sich direkt informieren lassen, sobald eine neue Bewertung veröffentlicht wird, man bekommt das quasi in derselben Sekunde, kann sofort auf einen Link klicken, unterhalb der Bewertung, da steht Prüfprozess einleiten oder Problem melden und kann dann Stellung beziehen und sagen, hey, diese Bewertung kann sich so nicht zugetragen haben, sie ist nicht rechtskonform, sie ist beleidigend, sie enthält falsche Tatsachen oder was auch immer. Dann sind wir gezwungen und das machen wir natürlich auch, die Bewertung sofort offline zu nehmen und dann schreiben wir den Patienten an und der Patient muss Stellung beziehen. Wir bitten im Zweifel auch den Patienten uns eine Handynummer zu geben, wir haben da so eine Art TAN-Verfahren wie in der Bank beim Online-Bank, knüpfen eine Handynummer an die E-Mail-Adresse und steigen dann in eine Art Moderationsprozess ein und am Ende dürfen nur rechtskonforme Bewertungen stehen, bei denen wir im Zweifel auch Belege des Patienten einholen, dass er tatsächlich in der Praxis gewesen ist. Also das ist ein sehr elaborierter Prüfprozess und der wird niemals hundertprozentige Sicherheit gewährleisten können, es gibt immer klug gemachten Missbrauch, ich glaube, das gibt es überall. Überall, ja. Ich kenne tatsächlich und das klingt immer etwas jetzt unbescheiden, aber ich kenne keine Plattform, die einen derartigen Aufwand betreibt wie wir, um die Authentizität bestmöglich sicherzustellen. Wir investieren jedes Jahr ungefähr zwei Millionen Euro, wir haben ungefähr 20 Mitarbeiter in dem Bereich und das versuche ich Ärzten immer auch zu sagen im Gespräch, ich verstehe die Herausforderung, aber ich glaube, also man kann ja auch bei Google bewerten, es gibt hunderte von verschiedenen Bewertungsplattformen, bei uns werden sie immer jemanden an die Leitung bekommen, wir sind immer für die Mediziner da, wir arbeiten sehr, sehr transparent, wir arbeiten auf Basis natürlich sämtlicher rechtlicher Vorgaben und sind da in meinen Augen sehr konsequent, auch wenn das immer wieder Probleme bereitet, Grauzonen natürlich beinhaltet, aber ich glaube, wir sind da sehr transparent. Den Eindruck habe ich tatsächlich auch gewonnen, auch jetzt noch nochmal mehr im Rahmen der Vorbereitung auf den Podcast, deshalb finde ich es so spannend, dass Sie da so offen auch mal drüber reden, welche Möglichkeiten oder was machen Sie da und welche Alternativen, wenn es überhaupt welche gibt. Sie haben nochmal das Thema dieses Bezahl-Accounts, glaube ich, dieses Premium-Accounts wollten wir nochmal drüber sprechen, weil das ist ja auch immer wieder ein Thema, wo man sagt, ist jetzt der eine, der ein bisschen mehr bezahlt, kriegt er eine bessere Bewertung, wie auch immer. Ja, nein, ich bin froh, dass Sie es ansprechen, weil tatsächlich das für mich immer so ein bisschen so ein Stich ins Herz ist, wenn es andere Berichterstattungen gibt, weil ich den Job wirklich mit vollem Herzen mache, mit einem hohen Maß an Idealismus und das gilt für alle 200 Mitarbeiter, die wir haben. Wir machen das wirklich mit der festen Überzeugung, etwas Gutes bewirken zu können. Also kurz zu der Frage, was kann ein Kunde bei uns? Ein Kunde kann unsere Plattform nutzen, um eine eigene Homepage auf Yameda zu haben. Er kann sich darstellen mit Texten, Fotos, mit Videos, mit Beiträgen für unseren medizinischen Experten, Ratgeber und er kann unsere Software nutzen, unser Terminmanagement Programm, unser Videosprechstunden Technologi. Dafür zahlt man Geld. Man zahlt kein Geld für eine bessere Platzierung. Es ist nicht möglich, Bewertungen löschen zu lassen, positive Bewertungen zu bekommen. Es ist auch kein anderer Umgang im Prüfprozess einer kritischen Bewertung zwischen Kunden und Nichtkunden. Da behandeln wir alle Ärzte in Deutschland gleich. Das müssen wir rechtlich. Das machen wir aber auch, weil wir davon überzeugt sind, dass es richtig ist. Und rein ökonomisch, es ließe sich auch sehr einfach herausfinden, wenn wir das nicht tun würden. Und das würde unsere Plattform Ad Absodum führen, weil wir natürlich jegliche Glaubwürdigkeit bei Patienten verlieren würden. Warum gibt es trotzdem immer wieder Berichterstattung? Wir hatten mal einen Zeitungsartikel, der sehr viel Wellen geschlagen hat, weil er eine Korrelationsanalyse gefahren hat zwischen Kunden und Nichtkunden. Und das Ergebnis war, dass mehr der Kunden eine um 0,x Prozent bessere Durchschnittsnote hatten. Und man kann sie einfach herausfinden, wer Kunde ist von uns, weil das sind Leute, die Bilder, Texte, Videos hinterlegen. Und das stimmt auch, die haben eine leicht bessere Durchschnittsnote. Nur da ist es ganz wichtig, dass man Korrelation und Kausalität nicht vermischt. Das liegt nicht daran, dass wir das systematisch ermöglichen, sondern dass wir oft Ärzte haben, die Kunden werden, die sagen, Mensch, ja, mir ist wichtig, dass meine Patienten zufrieden sind. Ich habe gute Praxisabläufe. Ich spreche vielleicht auch zufriedene Patienten mal an auf eine Bewertung, weil ich weiß, dass meine Präsenz im Internet wichtig ist, dass Online-Marketing wichtig ist. Oft ist es auch so, dass Ärzte lange Zeit gar nicht wussten, dass es ja mehr da gibt und dann macht sich immer darauf aufmerksam. Sie haben schon 20 positive Bewertungen, sagen, Mensch, das ist ja toll, da werde ich Kunde. Also die Kausalität ist eine andere, aber das sorgt dafür, dass es da immer wieder andere Gerüchte markt. Aber mein Appell ist, wer immer sich dafür interessiert, wir sind auf dem Thema maximal offen, kann sich gerne auch an uns wenden, kann mit uns telefonieren. Wir machen immer wieder auch Arztabende, wir führen auch durchs Büro, wir zeigen, wie wir arbeiten. Ich habe das maximale Interesse daran, auf diesem Punkt so transparent wie möglich zu sein. Wir haben da nichts zu verstecken und freue mich immer da auf den Deal. Ja, das ist doch eine schöne Einladung für alle die, die es wirklich ernst meinen, sich dann auch mal tatsächlich mit dem Thema ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, es ist eine Chance und wenn ich die Chance wahrnehme, habe ich vielleicht auch die Möglichkeit von meinem Patienten besser wahrgenommen und vielleicht auch dann letztendlich besser bewertet zu werden. Eine Sache möchte ich noch kurz ansprechen, bevor wir auf die kurze Frage, kurze Antwortrunde zum Schluss kommen. Die Zukunft von Yameda, Sie haben ja noch viel vor, so wie ich auch weiß und gelesen habe, es soll ja nicht aufhören mit den Themen, die Sie im Augenblick beschreiben. Ich habe gelesen von einer digitalen Anamnese-Möglichkeit, also dass man die Patienten- und Arztbeziehungen noch mehr stärkt durch neue digitale Möglichkeiten. Können Sie uns einen kleinen Ausblick in die Zukunft gönnen? Ja, sehr gerne. Also ich sehe den Termin beim Arzt, insbesondere den online vereinbarten Termin, gewissermaßen als Kristallisationskern für viele weitere digitale Services. Zum einen vor dem Besuch, das ist ein Punkt, den Sie gerade angesprochen hatten. Was kann ich denn vor dem Besuch digital tun, um den Arztbesuch die Behandlung zu verbessern? Das ist ein Dokumentenaustausch, das sind Informationen, die vorher an den Patienten geschickt werden. Das kann aber auch eine Form der digitalen Anamnese oder sogar der digitalen Diagnoseunterstützung sein. Einfaches Beispiel, ich buche mir einen Termin beim Arzt mit dem Stichwort Kopfschmerzen. Da wäre es natürlich toll, wenn der Arzt mir vorher vielleicht direkt in meine App hinein ein paar Fragen schicken könnte. Also, wo treten diese Kopfschmerzen auf? Vorne, Mitte, hinten im Kopf? Morgens, Mittags, Abend sind die eher stechernd, hämmernd, klopfend? Fragen, die der Mediziner ohnehin stellen würde, die aber dann immer die ersten zwei, drei Minuten des Arzttermins eigentlich in Anspruch nehmen, die kann ich natürlich vorab stellen. Und wenn die digital beantwortet werden und die fließen direkt in den Termin ein und der Arzt macht die auf, während er den Patienten ins Sprechzimmer ruft, dann ist natürlich Zeit gewonnen und wahrscheinlich auch eine bessere Behandlung möglich, weil ich eine Vorrecherche gemacht habe, vielleicht schon eine Hypothese habe, was das eigentliche Krankheitsbild ist. Also das Thema Anamnese, Diagnoseunterstützung wird uns definitiv beschäftigen. Auch die Frage des Teilens von Arztbefunden, es gibt ja gerade auch politisch gewollt viele Bestrebungen hinsichtlich einer elektronischen Patientenakte oder einer elektronischen Gesundheitsakte. Natürlich ist es sinnvoll, vor einem Arzttermin festlegen zu können, ob ich dem Arzt bestimmte Dokumente freigeben möchte, nachdem er mich ohnehin fragen wird. Und es ist auch gut, wenn der Arzt vorher sagen kann, wenn Sie was haben, dann übermitteln Sie mir das elektronisch, dann ist es sofort hier in Ihrer Akte. Ich denke, das wird auch ein wesentlicher Punkt sein. Aber dann gibt es ja auch die Frage, was passiert nach dem Arztbesuch? Und da leben wir jetzt in einer Zeit, in der wir sehen, dass universell verfügbar sind eigentlich Smartphones mit einer hohen Rechenkapazität. Also als ich Kind war, gab es sowas wahrscheinlich nur in Universitätsrechenzentren. Da hat jetzt jeder in der Hosentasche. Ich habe mehr und mehr Sensorik, die ich auf mein Smartphone raufstöpsel. Ich habe mittlerweile Smartwatches, die so kleine EKGs eingebaut haben. Die Frage, kann ich nicht zukünftig auch fortlaufend bestimmte Daten erheben, die über den Heilungsverlauf Aufschluss geben. Gerade bei chronisch kranken Menschen. Und die vielleicht wieder mit meinem Arzt teilen. Also das Monitoring von bestimmten Daten, die den Heilungsverlauf dokumentieren, wird einfacher werden. Die Frage der Therapieatterenz, nimmt der Patient doch tatsächlich seine Medikamente, führt er seine Therapie so durch, aber auch die digitale Therapie. Es gibt ja mit dem digitalen Versorgungsgesetz und den digitalen Gesundheitsanwendungen den Digas jetzt auch Möglichkeiten, Therapien digital zu verschreiben auf Rezept. Also ich glaube, da wird sich wahnsinnig viel tun. Zusammengefasst, mich interessiert eigentlich so ein vollständig digitaler Versorgungspfad. Ich suche den Arzt, ich vereine bei den Terminen, ich mache Diagnose, Anamnese vielleicht vor Ort, vielleicht bekomme ich danach oder nicht vielleicht, ich bekomme danach das digitale Rezept, vielleicht die digitale AU und vielleicht auch schon eine digitale Therapie. Das wird alles möglich sein und das wird natürlich immer ergänzend sein zu dem, was wir jetzt haben, niemals ersetzend. Aber es verschafft allen Beteiligten neue Möglichkeiten und wird hoffentlich dazu beitragen, dass Gesundheitswesen besser, effizienter und vielleicht sogar auch menschlicher zu machen. Also ich glaube, das ist ein schöner Ausblick, gerade vor dem Hintergrund, dass es eine gesamtheitliche Lösung oder einen gesamtheitlichen Ansatz geben kann. Sie haben auch von Präventionsmaßnahmen gesprochen. und das ist ja auch was, was uns gerade jetzt gerade auch wieder fällt, mir wieder in dem Zusammenhang mit Corona ein, auch nochmal dahin bringt, dass wir vielleicht sagen, wie können wir es schaffen, dass wir das Immunsystem, dass unser Körper so gut aufgestellt ist, dass wir viele Dinge ganz anders in der Zukunft verpacken können als Mensch und auch die Heilung schneller funktioniert oder wir vielleicht erst gar nicht krank werden. Ich glaube, das ist ein schöner Ansatz zu sagen, das ist ein integrierter Gesundheitsservice, der auf einer Plattform funktionieren kann, aber immer im Austausch und immer mit den Menschen in Kombination und nicht als Ersatz oder immer nur in Ergänzung. Ja, ich würde ganz gerne, ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr, wir haben tatsächlich jetzt schon über 45 Minuten, total spannend. Ich habe hier noch eine ganze Menge Fragen aufgeschrieben, aber wir müssen vielleicht nochmal ein zweites Interview machen. Ja, wir kommen zum Schluss kurz zur kurzen Frage, kurze Antwortrunde. Die Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich die Medizin aus Ihrer Sicht in den nächsten fünf Jahren? Ich habe drei Trends. sehe ich dort in den nächsten fünf Jahren. Das eine ist, ich hatte es angesprochen, die universelle Verfügbarkeit von Smart Devices. Die wird den Patienten in die Lage versetzen, selber Teil der Behandlung zu werden. Das Thema Patient Empowerment, die universelle Verfügbarkeit auch von Informationen. Ich werde mit meiner Gesundheit anders umgehen können. Ich werde mich besser informieren können und beitragen können zur Behandlung. Und mit Sicherheit das Thema Machine Learning, Artificial Intelligence, computergestützte Medizin, die Unterstützung eben des Mediziners mit immer intelligenter werdenden Systemen, die ja die medizinische Qualität im Bereich der Diagnose, aber später auch der Behandlung verbessern wird. Ich glaube, das sind drei Bereiche, die dazu führen werden, dass wir alle sehen, dass Mensch und Maschine Hand in Hand arbeiten werden und Mediziner die Lage versetzen werden, bessere Ärzte zu sein und Patienten hoffentlich in die Lage versetzen werden, beitragen zu können und mehr zu verstehen. Was bedeutet für Sie das Thema Gesundheit? Für mich ganz persönlich ist das eigentlich kein medizinischer Begriff. Für mich persönlich ist das etwas, das es mir ermöglicht, das zu tun, was ich gerne tue und das beschwerdefrei. Es gibt ein sehr schönes Zitat von Bob Dillen. Der hat, glaube ich, mal über Erfolg gesagt. Da wurde mal gefragt, was ist Erfolg? Er hat gesagt, Erfolg, Geld. Was bedeutet das schon? Ein Mensch ist erfolgreich, wenn er zwischen aufstehen und schlafen gehen das tut, was ihm gefällt. Und ich finde das wunderschön und das bedeutet für mich eigentlich auch Gesundheit. Wenn ich vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen das tun kann, was mir gefällt, beschwerdefrei und froh, dann bin ich gesund und das bedeutet für jeden Menschen, glaube ich, etwas anderes. Deshalb vielleicht keine klassische Definition. Aber trotzdem eine sehr interessante Definition. Welche Eigenschaft sollte der Arzt, die Ärztin aus Ihrer Sicht als Unternehmer haben? Ich glaube, da sind Ärzte nicht anders als andere Unternehmer. Ich glaube, man braucht Neugierde und auch Lust auf Veränderung. Keine Angst vor dem Ungewissen. Die Zeiten heute sind so dynamisch, verändern sich so schnell. Man braucht die Lust und die Freude an der Ungewissheit. Auch so ein bisschen vielleicht das sich geborgen fühlen in der Veränderung. Das ist, glaube ich, unabdingbar. Ich glaube aber auch, dass man als Arzt heute, auch wenn das jetzt nicht einfach klingt, ein bisschen Lust auch auf Service haben muss. Ein Interesse an Menschen und zu wissen, das sind auch meine Kunden. Ich möchte, dass die ein tolles Erlebnis haben. Ich möchte, dass die sich freuen, wenn sie schon ins Wartezimmer kommen. Dass mein Sprechstuhmpersonal freundlich ist zu denen, dass die das in die Praxis verlassen und sagen, hey, das war eine gute Zeit. Das klingt komisch, aber ich glaube, das wird zunehmend wichtig. Und ich glaube, was dann noch wichtig ist, ist Interesse an Technologie, an Daten. Also es gibt ja diesen neuen Begriff von Data Literacy, also der Alphabetisierungsgrad, wenn es um Daten geht. Ich glaube, in der Zukunft muss der Mediziner zumindest Freude daran haben, Daten zu sehen, Visualisierung zu sehen und sich mit Technologie auseinanderzusehen. Fällt mir spontan noch mal dazu ein, dass man vielleicht auch mal überlegen sollte, die Ausbildungsmediziners grundsätzlich schon mal so ein bisschen zu verändern hin in eine solche Richtung. Also ich bin aber auch immer sehr dafür, dass man mal überlegt, welche unternehmerischen Skills kann ich schon einbauen in den ersten, ob das jetzt im Studium sein muss oder hinterher in der Facharzausbildung, aber in den ersten 14, 12 bis 14 Jahren sollten diese Themen einfach viel, viel Einklang finden. Ich glaube auch. Gibt es ein Buch oder einen Film, das Sie besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat, das Sie empfehlen könnten? Es gibt ein, ich habe gerade vor wenigen Tagen erst abgeschlossen, eine Kurzdokumentation auf Netflix gesehen über Bill Gates. Ich glaube, es heißt Inside Bill's Brain und das hat mich unglaublich inspiriert. Ein wahnsinnig spannendes Leben über einen Menschen, der ja auch die unterschiedlichsten Phasen mitgemacht hat, der glaube ich angefeindet wurde wie kein zweiter Wirtschaftsboss aufgrund seiner Monopolstellung von Microsoft und der Geer, die damit verbunden war und der sich dann gewandelt hat zu einem, ja dem größten Philanthropen eigentlich, den es heute gibt und der mit unglaublichen Projekten und unglaublich viel Geld versucht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das kann ich sehr empfehlen. Unglaublich inspirierend, sehr, sehr kraftvoll und macht einem Lust, auch unternehmerisch tätig zu werden. Das ist sicherlich ein Film, den ich sehr empfehlen kann und wenn Sie mich nach dem Buch fragen, jetzt in diesem Kontext, weil es um unternehmerische Tätigkeiten geht, vielleicht ein Sachbuch, es gibt ein tolles Buch von Ben Horowitz, das ist einer der Kunden, Andresen Horowitz, einem der bekanntesten, ja Wagniskapitalgeber im Silicon Valley, das heißt The Hard Thing About Hard Things und da beschreibt er selber, weil er selber Serien-Interpreneur, also Unternehmer war, was es eigentlich heißt, ein Unternehmen zu gründen und auch Unternehmen zu führen in schwierigen Zeiten und vor welchen Herausforderungen man dort steht, wie man sie meistern kann, das beschreibt er sehr, sehr eindringlich und sehr persönlich, weil es keine theoretische Sicht ist, sondern sehr praktische, ist vielleicht auch für angehende Unternehmer im medizinischen Bereich eine tolle Lektüre, weil man Lust bekommt, aber gleichzeitig auch den Respekt, glaube ich, auch vor der Aufgabe, was auch hinzukommt. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Machen wir mal auf jeden Fall in die Verlinkung, in den Show Notes sowieso alles das, was mit Ihnen zu tun hat, mit der Media zu tun hat, natürlich auch, dass die Menschen sich immer direkt auch nochmal auf Ihr Portal begeben können und gucken können, was Sie alles machen, werden wir alles verlinken. Und die letzte Frage ist, gibt es jemanden, den Sie uns hier für den Podcast empfehlen können, der Ihnen vielleicht auch spontan einfällt, wo Sie sagen, das wird ganz gut passen? Ich habe vor gar nicht langer Zeit einen sehr spannenden Vortrag gehört von Martin Hirsch. Das ist einer der Gründer von ADA. Vielleicht haben Sie den auch schon mal gehabt. Nee, hatte ich noch nicht, aber habe ich schon angefragt. Den würde ich empfehlen. Das war ein toller Vortrag, der sich dem Thema wirklich sehr wissenschaftlich nähert, aber es auch versteht, das auch für den Laien aufzubereiten. Das hat mich sehr fasziniert. Also welchen Einfluss hat eigentlich Künstliche Intelligenz gerade auf die Diagnose und wie funktioniert das menschliche Gehirn? Das fand ich spannend. Ja, vielen Dank. Ja, wie gesagt, angefragt haben wir ihn schon. Ich habe ihn auch schon mehrfach gehört und passt sicherlich gut hier rein. Aber vielen Dank nochmal für die Empfehlung. Ja, und wo ich einmal dabei bin, mich zu bedanken, danke Ihnen ganz recht herzlich, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben, hier mir so ein paar Fragen zu beantworten, den Hörern ein paar Inspirationen zu geben und vor allen Dingen mal so ein bisschen tiefer in das Thema Jameda einzublicken. Ich glaube, da sind vielen wahrscheinlich die Augen aufgegangen und gehört, Mensch, das ist ja viel, viel mehr dahinter, als ich vielleicht bis jetzt gedacht habe, obwohl ich mir das kaum vorstellen kann. Und ich glaube, bei sieben Millionen Patienten und 75.000 registrierten Medizinern sollten ja doch einige darüber Bescheid wissen, was das Portal alles macht. Aber trotzdem vielen, vielen Dank auch für die offenen Einblicke in das Unternehmen und auch in die, den Ausblick in die Zukunft. Für alle, die dabei waren heute, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, zugehört haben. Denken Sie mal an eine Bewertung bei iTunes, YouTube oder wo immer Sie uns hören, ist auch wichtig, damit wir einen Schritt weiterkommen und vielleicht noch weitere interessante Interviewgäste hier bekommen können. Das letzte Wort hat wie immer mein Interviewgast. Vielen Dank nochmal. Bleiben Sie unternehmerisch und Florian Weiß, bitte nochmal einen Abschluss für die Hörer des Business Doc Podcast. Ja, vielleicht erstmal ein Dank an Sie. Es war toll dabei zu sein. Es ist toll auch zu sehen, was Ärzte gerade unternehmerisch umtreibt und die Aufforderung, ja, bleiben Sie neugierig, haben Sie Lust auf unternehmerische Herausforderungen und die Zukunft wird unglaublich spannend. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir es nicht als Bedrohung, sondern als Riesenchance begreifen. Wir können gemeinsam Technologie, Digitalisierung und Medizin ja, glaube ich, unglaublich viel erreichen zum Wohle der Menschheit. Auch wenn das jetzt etwas pathetisch klingt, aber da sind wahnsinnige Chancen und ich glaube, wer unternehmerisch denkt, wird diese Chancen ergreifen können. Vielen, vielen Dank. Schöne Woche. Tschüss. Vielen Dank für Sie auch. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020